Streetlight 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 Wer und was? Ich. Meine Uhr her. Also gib deine Uhr her. Ich habe keinen vergiessen. Funktioniert noch. Hast du dich vom Liebhaber geschenkt bekommen? Nein, darf nicht. Schau jetzt. Die Uhr kommt in ein Couvert rein. Gut. Fünf Couvert sind es. Die Couvert sind alle zusammen adressiert an Adressen im Ausland. Ich habe es. Für jede falsche Antwort tust du ein Couvert hier rein in den Briefschlitz. Okay. Alles gut? Ich bin glücklich, was sie rüberkommt. Ja, super. Wer ist die offizielle Handelssprache in Chile? Spanisch oder Portugiesisch? Das ist eine einfache Frage, um zu beginnen. Portugiesisch. Portugiesisch? Ja. Okay. Welches Couvert? Nein. Wir machen es noch spannender. Wir schauen mal rein. Es hat eine Schöcke. Es hat die vier Schöcke. An wen geht das? Familia, Lib, Gallen, Europa, Madrid. Komm mal rein. Nein. Sag mal, jetzt nehme ich Wunder, was sie davon halten. Wenn die einfach etwas heiteren Himmel so eine schöne Uhr zugeschickt bekommen. Hey, danke für immer. Auch im Namen der Familie Lib.